Hallihallo, Hallöchen, zurück zu Adventures of Lolo. Und ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Ach, der da oben? Das ist ein böse Bube. Wenn der uns erwischt, dann knallt er uns ab. Dann müssen wir irgendwie... Wow, das war knapp. Taktisch vorgehen. So. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er durch die Bäume aufschießt. Aber ich will es am besten gar nicht ausprobieren. So, jetzt nehme ich das am besten und dann schließe ich den einfach ein, oder? Oh, ich habe eine Leiter bekommen. Cool. Und den knall ich besser ab. Weil jetzt... Oh nein, scheiße, nein. Was tut der da? Kacke. Okay, gut. Aber es sah doch schon mal nicht schlecht aus. Da ist er, die Hauptsache. So. Mann, der guckt schon so grimmig da. Boah. Da kann ich auch nicht mehr zurück hier. So, jetzt habe ich ihn eingeschlossen. So, den knall ich ab. So, jetzt vielleicht. Oh, oh. So. Ja! Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Oh. Oh. Hm. Der schießt auch. Dann muss ich das so machen. Und die muss ich abdecken. So. Bang, boom, bye. So, und jetzt? Muss ich ja irgendwie rüberkommen. So, wahrscheinlich. So. Und da dasselbe Spielchen. Weil der kann ja auch schräg schießen. Die Dinger kann ich nicht verwenden, leider. So. So, den vor die Linse. Ja, das geht das Rätsel. Ich muss nur, bevor die Eier schlüpfen, das packen. So. Jetzt durften die nicht nach mir schießen. Ja, genau. So läuft das. Ja! Oh, le. Gut. 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 Wir sind gut. Wir sind echt gut hier. Äh, ja. Wie lange noch? Oh. Das sieht einfach aus. Wahrscheinlich einfacher, als es ist. Sehr oft so. So, ich mach mal lieber... Ich muss aufpassen, dass ich den Weg nicht verbaue, schätze ich mal. Ähm. So. Ähm. Auch wieder so? Wahrscheinlich so. Dem vor die Linse. Äh. Dem vor die Linse. Wegschieben. Und ja. So. Doch hier rüberschieben. Ja, genau. Ja, okay. Cool. Okay. Langsam gewöhn' ich mich dran. Ähm. Was ist das? Oh, oh. Oh, oh. Der guckt schon so, wenn ich da rüber... Okay. Okay. Äh. Da komm' ich nicht weit. Da auch nicht. Muss ich hier rein? Boah. Boah. Alter, ey. Okay, jetzt komm' ich hier nicht mal raus. Ist mir jetzt egal. So. Dann nutze ich jetzt... Wie mache ich das jetzt? Das ist doof. Ach ja, ich kann da jetzt, jetzt, ja, verstellen hier. So, dann verstelle ich den. Okay, schnell, du. Aber mir wäre eigentlich was... Boah. Was lieber, womit ich, womit ich den gleich... Ach, shit. Ach, kack, das geht hier irgendwie so nicht. Das muss ich anders lösen. Da habe ich Mist gebaut. Ja, das habe ich mir gedacht, scheiße. Okay, das muss ich, äh, da habe ich, da bin ich ein bisschen zu weit gegangen, also zu weit hoch. Bang. Okay, er hat mich nicht erschossen. Ach, schieß mich doch, ach, schieß mich doch. Kumpa. So. Das mache ich jetzt ganz beschaulich. So. Wollte ich das machen? So vielleicht? Äh. Ja. Das kann ich jetzt umändern. Aber ich kann trotzdem nicht an ihm vorbei. Ich kann nicht an ihm vorbei. Das verrecken nicht. Das passt mir nicht. Die Bohne passt mir das. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Mist. Voll den Scheiß gebaut habe ich da. Ja, da kann ich nochmal. Ich könnte eins nehmen und dann, ja, das schiebe ich dann so rüber. Oh, ich sag's euch Leute, das Ding hat ein Suchtpotenzial. Das ist nicht mehr normal. Okay. Sorry. Mega am Husten. So. Ja, die Schlangen haben es gut hier. Ja, die haben keine Feinde. Denn ich tue ihnen ja auch nichts. Wer es glaubt. Okay. Ja, die Schlange ist im Weg. Ja, toll. Blöde Schlange. So. An dem muss ich vorbei. Aber ich habe nichts zu schießen. Dann komme ich auch nicht an dem vorbei. Schätze ich mal, oder? Ach, das ist ein Scheiß-Dreck. So. Wieder gestorben. So, ich würde mal sagen, wir machen Schluss für jetzt. Und sehen uns. Das Ding hat nicht mal einen Pause-Knopf. Sehen uns das nächste Mal wieder. Ja. Bleibt dabei. Ciao, ciao. Und adiamo's.